Außenministerin Annalena Baerbock gerät erneut in die Kritik, diesmal für ihre umstrittenen Aussagen über ihre Vergangenheit und ihre Amtsführung. In einer aktuellen ZDF-Dokumentation, die ihr erstes Amtsjahr beleuchtet, machte sie die Bemerkung, dass Diebstahl die beste Vorbereitung auf das Amt des Außenministers sei. Diese Aussage, die sich auf ihre frühere Plagiatsaffäre bezog, in der sie beschuldigt wurde, geistiges Eigentum gestohlen zu haben, hat für große Empörung gesorgt. Die Ministerin steht schon länger wegen verschiedener Kontroversen in der Kritik, unter anderem wegen der Unterstützung der Gaza-Hilfen, was indirekt die Hamas finanziert haben könnte, und wegen ihres Umgangs mit verschiedenen außenpolitischen Herausforderungen. Die Dokumentation Mensch Baerbock, die undiplomatische Diplomatin, die von den kritischen Kommentaren und dem Verhalten der Ministerin berichtet, wirft ein schlechtes Licht auf ihre diplomatischen Fähigkeiten. Besonders heftig ist die Reaktion auf Baerbocks Stolz über ihre früheren Fehltritte, einschließlich der Plagiatsaffäre. Ihr Buch, das im Wahljahr 2021 erschien, musste wegen Plagiatsvorwürfen vom Markt genommen werden, was ihr und ihrer Partei damals stark schadete. Trotz dieser Vergangenheit scheint Baerbock ihre Fehler als nützliche Erfahrung für ihre aktuelle Rolle zu betrachten, eine Ansicht, die von vielen als arrogant und unangemessen empfunden wird. Zudem wird Baerbock vorgeworfen, in ihrer aktuellen Rolle als Außenministerin weiterhin problematische Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise illegale Handlungen beinhalten könnten. Kritiker werfen ihr vor, sie gefährde die diplomatischen Beziehungen Deutschlands und handle oft eigenmächtig, ohne die nötige Vorsicht und Abstimmung mit anderen Regierungsmitgliedern. Dieser neueste Vorfall hat die Debatte um die Eignung Baerbocks für das Amt der Außenministerin erneut entfacht. Viele fragen sich, wie lange sie noch im Amt bleiben kann, angesichts der zunehmenden Kritik und der offensichtlichen Mängel in ihrer Amtsführung. Die Situation wirft zudem Fragen auf bezüglich der allgemeinen Leistung der aktuellen Regierung und der politischen Kultur in Deutschland.